und willkommen zurück meine liebsten freunde dreadful what the fuck was war das ups alter ist das ein das ist ein saber tools ja wieso jumpen der so weit was ist das denn der alte flummi oder was das ist ein dämonik ne so einen den ich auch habe oder das sind draconics und das ist der dämonik der dämonik sind wirklich schöne ausweist schwarz und diesen neon grün kommen wir laufen mal aber hinter dir der adler der was neue design jetzt ich muss hier ein bisschen level mit dem das okay ach guck mal die ja die könnte jetzt auch die ankylos tragen also auch die spinos haben das neue sein die anderen adler muss man nicht sein das ist ja cool frosty ist jetzt endlich mal ein art alter adler ich finde alten adler fand ich aber schade das ist jetzt weg sind weil irgendwie fand ich die auch trotzdem noch ein bisschen schön die waren auch nette aber ich neun tausend mal schöner sind aber irgendwie das ist ja so ein nostalgie ja genau 3 2 1 los okay du bist vorgelaufen ist egal aber du kannst ja mega weit springen spring mal los machen wir hier wirst du bist irgendwie gleich schnell ich konnte mich gerade nicht einholen 3 2 1 los okay ich bin ein bisschen vorgelaufen aber jump mal du müsstest dann zehnmal schneller werden ich komme überhol dich du überholst mich verstehe ich gar nicht ach da bist du aber ich kann dich überholen wenn ich wenn ich springe ich bin nicht auf fast so schnell wie du warte ist zu reden und ich bin aber ich bin gleich schnell ist das komme ich bin noch hier neben dir und sie sind hat mich auch gedrängt komik in die wenn er ich bin nicht vorbei ich bin schon da das würde ich springe aber nur normalen normalen laufen kommt wasser das recht angriff das ist ein angriff von dem rechte maustaste man kann keine fotos hin wo ist das schnell ich versuche gerade ein foto zu machen das geht aber niemals vielleicht wenn ich ihn schieße kriegst du ein foto hin das ist viel zu schnell ich drücke gerade wie so ein bilder ich guck ganz vergessen ist egal voll lustig was ich würde mal gerne mal runter du mit dem du mit dem ich mit mit dem hier warte bevor du das tust ich sterbe ich krieg davon schaden krass ich bin krach tot aber ich denke mir nicht dass ich vom hunger ist ich bin zwar im hungern aber das ich hungere ich eigentlich immer ich muss was zu essen holen habe ich noch ein paar kekse von akuma hier ist was drin aber wir haben auch vielleicht noch da ich bin ich bin schon am essen aber ja ich bin glaube ich ich glaube ich schaden davon das ist ja unten rechts anzeige haben davon ja weiß ich nicht weil ich habe jetzt gar kein leben mehr weil vom hunger und dann warte bleib mal stehen und gucken wir mal ja krass dass wir volles leben ja ich stehe jetzt übrigens wir kommt zurück ich bin nackt nein ich habe nackt gespornt hallo schön 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 dich zu treffen wer ist das original junge also meine haare könnte man ja wenn man so ganz nah ran suchen könnte man ja schon denken dass wir name haare auf meine leiche zu verschändeln endeln wieso stelle ich das eigentlich immer noch nicht aus dass ich den mist nicht mehr rump rausschmeißen muss ja das ist eine gute frage nächste frage das ist ein besonderer es ist ein heavenly wo bist du oder ich drehe mal kurz wenn die kreis um die burs der komé da r die 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 Tüte immer nicht auf die Garde kann ich nicht so gut ich muss irgendwas anstoßen aber irgendwie finde ich nix hier lecker zu wissen wie der läuft ja 6.300 Alte Schwede, den müssen wir mitnehmen zum Bossfighter oder so. Aber wir brauchen viel Platz. Komm, ab dem Indominus in den Hintern. Und... Oh! Ah! Nice! Nice! Komm, wir machen mal ne schöne Runde. Ich nehm... Hello Kitty. Mh, kommen wir noch mit nach oben. Kannst du die Katze da vor das Haus stellen. Oder so. Ich hab hier ein neues Platoon gestellt. Ich hab's bemerkt, irgendwie komm ich hier nicht vorbei, ey. Ey, immer wenn ich an dem Kühle vorbei bin, dann leg ich immer einen Meter vor. Ah, jetzt bin ich vorbei, okay. Ja, wir sind jetzt stachelter. Ja. Ich hab mir überlegt, hier das Kühlhausen zu machen, wo du Kühlschrank hast und das Kocher und alles. Ja, find ich gut. Da hab ich was eh gemacht und ich geh mal hier rein, Dex. Es fängt an, fertig zu werden mit den Gewachsen. Wechselgewachsen. We smoke every day. We smoke every day. Ja. Ich hab gut gepflanzt. Die obere Etage ist gleich in die untere Etage ist gleich in die mittlere Etage. Ach, ne. Das geht ja gar nicht so. 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 hier oben wächst auch schon alles schön brav. So. woher Dirk hat. So. 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 noch ein video bekommen über wird es ab ist ein deutsches video da geht ein typ ist zum maisfeld nimmt ein maiskolben ab macht den auf und er ist eine bierfläche drin und er sagt sagt sein kollege eine gute gute ernte ja das würde ich wohl meinen das sieht irgendwie eklig aus das ding hier unten drunter ja wir machen jetzt mal unsere runde hier in anyone habe ich irgendwas hier drin ganz viel eier gut da ist nicht eben nachher wir glauben noch mal eine eine richtung wo wir noch nicht gewesen sind was hältst du davon wollen wir zu eule und landex gehen da weiß ich noch gar nicht wo die wuppen machen wir mal acht sekunde ich lese natürlich jedes kommentar was klar ist und wenn ich dann mal in der nächsten bei ende base wieder bin habe ich kommentar bekommen wir sind hier wir machen wir haben doch gps im haus ich bin genau gerade bei 51 55 also mehr oder weniger in mitte leute in der mitte der karte hier wird du schon decks in dein tier probierst du erst da das punkt genau houston we haben ein problem ich könnte ich kann das glaube ich so mit der karte zusammen machen war ranzoom weiche fast richtig ich habe gesagt nein ich hätte gesagt 55 doch 55 51 fast richtig so telefon wieder weg wenn die handys sind nicht erlaubt in der aufnahme das ist übrigens wenn ihr es bemerkt habt wir haben unseren schreien unseren beschwörungser bogen der ist nicht mehr da oben sondern das ist jetzt hier unten weil wenn wir eigentlich beschwören fliegen ja immer die gegner oder laufen die gegner mal los und damit wir ja nicht so ein herzliches gerüst drum herum bauen haben wir oder hat der stone hier sowas reingebaut das musste komplett metall verkleinbar können wir noch ausgesporn die machen stein kaputt deswegen aber so kann man auch ein kracke da beschwören ich würde ganz ehrlich sagen ich würde das das ding mal zu den zu den base von jemanden und jemand anders bei der 50 normaler angriff weiter die bogen mit zum geht zu unserem Viceori brauche einfach mal zu zeigen ohr was du hr 32 ertert ah walked back was von mir ja b es von zu langsam und trauen hier bin ich je bin ich aberами getroffen was hier bin ich hier bin ich welches level ist der hier das ist noch was anderes was er alle bleibt ich auch belagt wir waren im platte hat gar keine chance wie viel leben hat der eigentlich ich denke ich denke den kanu da warte ich brauch ein neues landtier nicht unbedingt den da ah hier 6 kommen wir zu mir wenn ich wüsste wo du bist da da und da ah ist gestorben schade wo bist du denn eh 160 hier oben ist übrigens ein terzino ist er eigentlich neun ja nein nein der ist low level der ist ich kiel einfach alles das ist sicher und ich muss was essen ich bin dann fahrung an Alter meine meine Dingsbums hat nicht mal Leben verloren ey ich bin ich bin ein bisschen zu schwer aber war doch nicht ich bin ein bisschen zu schwer aber war doch nicht ich bin ein bisschen zu essen ich verfriere äh ich fahr mal auch so mhm Akumas Kekse ich muss mal holen zu was drinken holen so lauwarme cerveza so ok wir können jetzt wieder mhm mhm ne ich warte los du springst echt voll über die karte ey so Mammut hatten wir auch noch nicht boah spruchst du den weg ey ja jetzt kriegst du von hinten bam 50 guck mal ich kick den weg wie viel Schaden machst du denn mit dem Biss ich führ 200 das ist 15 der ist noch 60 ich kick den weg das ist so lustig und sie auch schon mal ihre Mammut wegkicken mhm ich schaue hinter Kodex Silvatus der kann das wo bist denn Dex? Na da unten siehst du meine Katze? Nalo okay die sieht man doch bestimmt auch im Dunkeln ey nein die ist unsichtbar ja ey was ist das denn? du bist bei mir von hier aus hochgelaufen in den Himmel ja ja absolut geil ja krass was ist denn heute los ey das sieht echt voll komisch aus wo müssen wir denn hin? haben die oben gebaut? oh das ist die Battle Arena von denen Battle Arena? Postbeschwörung und hier ist auch ein Bett von uns jetzt falls wir hier sterben sollten hier da wo ich stehe voll spacey sieht das so ein bisschen aus bam bam oi loo what's du kannst ja reingehen Dex komm hi Dex hier ist Dex hi Dex hinter die bin ich hey Dex wie kann man sich nach oben boten? der Taste oh sie hat gerade gesprungen äh gepfiffen cool und dann gibt es hier hinten noch äh so ein Tec Bild wer hat das gebaut? Eule kräftig heftig voll geil ich bin doch kein Tec Fan überhaupt kein Tec Fan aber bei anderen Leuten zu gucken wie die Tec bauen das sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus also das sind ja die Treppen und die Geländer die sahen schon immer geil aus aber das ist doch so gesehen eigentlich keine Arena mehr zum Selbstkämpfen das ist eine selbstkämpfende Arena oder? ja musste auch weil das Viech macht die Haube sehr Schaden heftig ja Null Chance der Gegner kommt an und wird direkt weggefetzt ja dauert aber ein bisschen die sind relativ stark also oh hier ist sie gut reingekommen ah das bist du ich hab grad ähm das Tier nicht gesehen gehabt ok da gegenüber sind sie da gegenüber ah die sind ja ganz nah bei uns hm kommst du mit kannst du mitteilen Dex Sprung Nein, ich fall wieder runter. Nein, ich hab da fallen. Nein, wir waren da oben. Sie Arsch. Nee, ich versuch grad hier im Berg. Ich fahr grad oben und dann bin ich leider auf der Seite wieder runtergerutscht. Ich komm von hinten. Ich räum die Sache von hinten auf. Mann, ey. Wo kommt man denn hier hoch? Mit da, wo ich grad so... ...ne Tech-Gebäude haben, aber keine Treppe da oben oder was? Scheiße. Ich bin hier hoch. Gibt's auch nicht. Gibt's hier irgendeinen Weg hier da hoch? Ja, ich bin grad so beim Weg nach oben. Ich muss genau wieder in die andere Richtung, Dex. Jetzt bin ich hier... Nein, ich fall schon wieder runter. Jetzt aber. Jetzt aber. Jetzt, 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 jetzt. Ja! Hui, das sieht aber schick aus. Hey, die könnten aber auch bauen, ne? Ich darf aber auch nicht zu viel zeigen. Hier wird bestimmt wieder ein schöner Wohnen gemacht hier. Hallo, is there anybody? Ne, die haben grad'n Geil, die Tarn in der Wüste gezähmt. Achso. Voll gut, ey. Ich mag Baumhäuser. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hab jetzt... Hab ich mal ein Baumhaus gebaut? Ich glaub, so ein halbes Baumhaus hab ich mal gebaut. Aber sonst auch nicht mehr. Oh, Staffel 3 haben wir da mal. Mhm. Also ich mehr mit Wixi. Und bitte, auf der anderen Seite. Mhm, Krayfox dahinter. Kannst du auch ins Haus rein? Oh, ich bin grad'n Haus drin. Nee, 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 da will ich nicht rein. Das, das werde ich dann... Boah, ist aber schön gebaut. Werde ich dann mal zeigen, wenn es soweit ist. Also, die sind... Die haben sich ja jetzt getrennt, ne? Die, die Tribe. Die Tribe, welche... Wie hießen die Tribe nochmal? Killer Kekse. Killer Kekse. Und das ist jetzt... Wie heißt die? Äh, Terra Nova, das ist Eule und dann Dex, das Pärchen. Okay. Was fressen. Junge, 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 die können aber echt gut bauen, ne? Da siehst du schon die Vorbereitungen, Dex. Die, äh... Evolutionsweilwahn sind das hier, wo du vorstehst. Ich stehe vor... Irgendwo was? Die Weilwahn hier. Ach so. Die steht im Wasser, Luft. Und hier ist der Titan. Ah, den, den wir gekillt haben. Hm, den haben wir jetzt gezählt. Haha, die haben einen roten, den Dominos. Wir haben einen weißen. Ah, da kommt doch jemand. Juhu. Juhu. Hallo. Ach, der steht hinter uns. Oh Gott, ich hab gerade einen Schock bekommen. Ich sag so, ich seh nur ein Fliegen, ey. Oh, der steht hinter. Wir waren noch nicht drin. Wir haben nur von außen geguckt. Und ich bin mit der Katze reingelaufen. Nein, 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 nein. Ja, das hoffe ich auch für dich, Storm. Hallo, Dantex. Ich bewundere wieder eure Bautechniken. 101. Nee, das machen wir mal mit schöner Wohnen. Zusammen. Oh Gott. Hast du gepfiffen? Oder soll der kommen? Oh mein Gott. Den haben wir, den haben wir letztens gekillt in der Wüste. Ja, hab ich gesehen. Aber ich will mal was versuchen. Da bin ich mal lustig. Die Eure Rede geht dann immer weg und dann hört man das nicht mehr. Dann wird die immer leise, aber leise und verschwindet auch mal wieder. Ah, die will den Schrumpfen. Ich will nicht, dass ich den Schrumpfen kann. Ja, einmal die Schulter. Schulter-Titan. Den Schulter-Titan. Ich wollte schon immer einen haben. No, was ein Lümmel. Oh, scheiße, ich habe kein Schulter-Titan dabei. Hast du ein Schulter-Titan? Ja. Nochmal Licht? Äh, das ist mein Meni für Drache. Und es wird zurücklaufen. Ich bin echt mal gespannt, wenn bei euch die Base komplett fertig ist, dass ich mir zusammen mal eine schöne Wohnfolge bei euch machen kann. Die sieht nämlich echt schön aus. Ja, also wenn das Dino-Carport fertig ist, sehr gern. Alles klar. Und wir sind ja auch direkte Nachbarn. Das ist ja gut. Und das finde ich sogar auch mal auf Anhieb. Boah, wie viele Partikel hier rumfliegen von dem ganzen Tech-Zeugs, ne? Alter, verwaltet. Das sieht aus wie so ein Sternenregen. Okay, wir gehen mal weiter, oder? Wollen wir mal nach Hause, dir ein Lichtviech holen? Ich will mal ein Lichtviech wieder haben, genau. Okay, dann müssen wir hier. Dann bis später. Wir sind wieder weg. Bei mir, Dex, hier beim Teleporter. Also ich glaube, wir können sogar das hier benutzen, Sekunde. Stell ich mal drauf, Dex. Hm? Dex, wo bist du denn? Ja, Sekunde, ich komme. Pst. Ja? Woher geht's? Ups, wir in der Wüste. Ja. Freaky. Hier sehen wir uns irgendwie noch die Schaden, die ausgeteilt worden sind. Hm, hier ist es wenigstens nicht so kalt. Da können wir von hier aus nach Hause laufen. Oh, hier ist was rotes Dex. Ja. Ach, hier schießt doch irgendwas. Alter, 11.000 Schaden. Und was ist da drin? Äh, ein, äh, Mastercrafted Riot Handschuh. Hm. Ähm, wir sind aber weiter weg als eben, ne? Ja, aber dann können wir doch ein bisschen mit der Wietze-Katz noch laufen. Und hier ist nicht so dunkel in der Wüste. Richtig. Und wir können mal ganz kurz zum Hafen laufen. Richtig. Shut the fuck up. What the fuck, äh? Oh, da leuchtet doch was. Ja, da bin ich gerade. Das ist ein Lötgerät. Ja, okay, der Kitti ist voll brutal, echt, ey. Ich mache ja fast 900 Schaden mit dem Ding, ey. Oh, eine Reihe als Hose und ein Paracera-Platz-Doppe. Oh, Paracera, cool. Ich mag Paracera. Der Hafen ist aber mehr links. Hm, ich bin unterwegs. Wenn ich so oft drücke, dann fliegt der bei mir. Das geht bei mir nicht, weil ich ganz in der Luft bin. Ja, du bist ja viel, viel schneller. Aber in unserem Hafen ist auch der interne, äh, Guardian-Fentis. Ich bin da, bin da. Oh, ich bin am Hafen vorbei. Ich bin auf die falsche Seite gelaufen. Ich machte Gewohnheit, von der anderen Seite zu kommen. Und dann war da gerade eben die Richtung andersrum. Oh, kann ich auch nicht rum. Oh, oh. Oh mein Gott. Denkst du, wenn du in den Hafen wirst, mach mal Backspace und such mich. Ich bin auf der Katze drauf. Ich bin gerade in die Vase. So, ich bin jetzt am Turm. Ich steige sogar ab und such dich. Vor allem im Dunkeln ist das voll schwer. Ich bin auf der Katze drauf. Aber am Hafen, ja? Im Hafen? Ja. Am Hafen? Wo bist du? Am Hafen. Ich seh dich. Du siehst mich? Ja. Okay. Aber du bist nicht oben irgendwo, ne? Ne, ich bin am Boden. Du bist am Boden. Seh ich dich nicht mehr. Oh. Wärmer, wärmer, wärmer. Ach da, okay. Kein Leidtier hier, ne? Nix da. Ich bin in die Auswelt reingesprungen. Du kannst ja wieder rausspringen locker, ja? Komm mal da. Oh, Spino ist auf zwei A-Beinen. Nice. Oh, ja. Der ist ja der Threadful-Spino. Dex. Äh, bitte? Der Threadful-Spino, sag dich. Hallo, Kitte ist hier vorne. Ah, scheiße, wie du schlaffst dich zusammen, ne? Guck, wie lange ich noch aushalte. Go, Dex. Go, fight, go. Go, fight, go. 208, ey. Ah, Kaposukus hat Gold, das steht nicht. Kaposukus, Alter, jumpt ja hier voll durch die Gegend, ey. Wo ist eigentlich meiner hin? Meine, meine. Ja, bei, äh, beim Schwüsch. Spinella. Spinella. Oh. Spinella hat ja auch das neue Design. Oh, kann ich... Haben wir keinen Sateliff? Nö. Nö. Der ist, äh, weg, weil... Dich update. Wo ist denn jetzt hier? Ach, der Lücke, der ist da. Warte, ich luk, ziehen wir den Zerber. Die machen Liebe. Oh, ich fall gleich von den... Von den Socken, ich glaub, ich muss was essen. Na los, dann wollen wir mal. Warte mal, jetzt kurz. Also bei mir ist Gott, das ist unsichtbar. Schade. Wer ist unsichtbar? Bei, äh, für einen Person... Du kannst das selber, das ist unsichtbar machen. Hm? Also bei mir ist er grad unsichtbar. Nee, bei mir ist er sichtbar. Ja, deswegen, das geht nur bei einem. Merk mal drauf. Du hast nur grad so viel Licht gehabt. Ne, immer noch, so viel bestimmt. Du kannst ja übrigens leveln. Hm, dann gehen wir nach Hause. Hast du irgendwie Licht an? Ja, extra für dich. Was denn? Lampe. Wo rätst du eigentlich nach da? Weil da hinten unser Haus ist? Das Haus ist doch da. Ja, ich will über den Richtigsten. Der gleiche Weg. Sorry, Leute. Sorry, Unkel, ich hab keine Licht. Wir machen aber folgendes mal, Leute. Ähm, da die Folge sowieso jetzt gleich in zwei, drei Minuten vorbei ist und wir jetzt nicht unbedingt zehn Stunden lang im Dunkeln rumrennen müssen, doch, sag ich da mal. Tschüss, bis zur nächsten Folge und, ähm, Däumchen, ach da, geschehen fürs Licht. Däumchen, höh, und wie gesagt, noch mal, oh Gott, das wird's gefährlich hier. Ähm, wenn ihr selber mal einen Server haben möchtet, guckt mal in die Videobeschreibung, kriegt ihr einen Link zu G-Portal, das sind die, die uns auch hier sponsoren. Und, äh, da kriegt ihr direkt 5% auf euren ersten eigenen Server. Oh Gott, hier geht's. Kämpfen! Boah, ich seh überhaupt gar nichts mehr, nur auch, nur auch nichts und nix. Fabi, wo du bist gerade? Ach so. Ich bin über dir. So, das war's. Und tschüss. Puh.